Also wir gehen jetzt zu Charlies Auftritt für Brief Birthday Premiere. Also ich bin aufgeregt, weil sie singt gleich und ich darf zuhören mit meinen Ohren und ich kenne das Lied schon und es ist geil und ihr werdet es auch geil finden und alle werden es geil finden. Ja, hoffentlich. Oh, die Ampidose war es ja, ich hasse es, weil es ist alles drastisch. Es war leicht ein bisschen drastisch, aber ich hasse es nicht. Wir sind gerade vor dem Club. Ja, ich bin richtig gespannt, wie das jetzt wird, auch mit dem Soundcheck. Bist du aufgeregt? Ja, ein bisschen. Wir warten noch auf meinen Friend, mit dem ich den einen Song habe und dann geht's los. Ah! Aaaaaaah! Check check! Hallo. Hallo. Hoi. Ah, ciao. 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 Wow! Hooray! Es ist einfach ein Schein! Ich fühle mich leer, seitdem du hier wittest, denke ich nur an mich. Ich fühle mich, weil ich schreibe, denn du haust mir mein Schrei. Hast du die Sparte? Vielen Dank! Wir machen alles Blut hin! Großartig! Wofür, das war ihr? Oh my god, der Ruhbacher! 2.5%! 60! 60! 60! 50! 40! 50! 50! 50! 60! 60! Das ist so schön! Habibi, geh zum Magic Club! Eis auf, make money, get f***ed Bis zum nächsten Mal.